Leute, wir sind wieder am Start. Eine neue Runde FC24. Man könnte auch sagen, wir sind auf einer Weltreise. Ja, wir sind auch auf einer Weltreise. Wir haben uns jetzt gesteigert. Wir sind bei ganzen Sageumschreibenden. 1,5, 1,5 Sternen angekommen. Wir befinden uns in der Volksrepublik. In der was? China. Die Menschen aus Süddeutschland sagen China, ich sage China. Nicht zuverwechseln mit Volkswagen, die spielen daraus schon. Äh, ja. Wir gehen los. Frank Buschmann gehen los. So, ich bin hier schön in den Grünen unterwegs. Echt auch unbedingt. Oh ja, so klärt man da mal, ne? Stehen jetzt hier. Hey, da hebt doch nicht das Beinchen, du kleiner Wauwau. Oh ja. Ich habe platziert der Ball, da hat er da hingeguckt, ey. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Schöner Doppelpass. Erinnere ich mich noch gut an Lukas Podolski. Oh ne, der geht ins Aus, oder? Er bleibt da liegen. Robo Pass allein? Vergiss es. Weiß nicht, was du meinst, aber ja. Lu, Lu, Lukas Podolski. Schön, das ist halt richtig geklatscht. Weil es auch nass, das geht richtig fiesenabrot. Ja. Jetzt immer mit seinen kleinen Hohnen. Bong Yu, Digga. Hallo, Spieler. Ja, jetzt. Gerade ausgeholt. Ja. Gesehen. Gute Aktion, Bye Bye Pengen. Truppen. Oh nein! Oh Gott. Dieser blutschig. Du füllst den den ganz hinten. Das ist schwierig, ey. Was zieht denn hier? Weg ist der Ball. Okay. Ist nix. Die Tröte, Alter. Tödt. auf den ball jungs da hat dann doch eine ganze menge gefehlt da war uns einen schönen platzierter ball ein bisschen parteiisch kann das sein der kommentator hier das war aber auch so gibt keine karte aber noch so ein ding die reingabe jetzt ins zentrum na gute gelegenheit vielleicht aber sie stehen ihm auf den füßen jetzt gibt es hier ball kommt lang das war nichts abwärts zur stelle in dieser situation entscheidet auf vorteil der wahl der städtische lemma geht gleich weiter läuft weiter Okay, go. Ja, geht nicht. Ah, jetzt. What? Alter. Alter, sind die Schüsse? Die Schüsse sind bis jetzt mal gar nicht so gut. Alter, Alter. Ja, ein gutes Stück. Äh, Gott, hast du gesehen, was er da noch gemacht hat? Ballverlust. So, jetzt Abfahrt. Scheiß. Mensch. Könnte was werden, aber er sieht. Oh, Gott. Ey, wir haben noch nicht einen Ball irgendwie so, bis auf 5 Meter ans Tor rangehört. Ne, haben wir auch nicht. Äh, was war das denn, Alter? Mal lieber nicht die Hand. Oh, Gott. Schön aussteigen lassen. Habe ich aber auch irgendwo drauf reingefangen. Vorstoß. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation gefahrbereinigt. Ah, schön. Ja, mit 19 Jahren. Ja, auch. Geht vorbei. Gut reingespielt. Wird das die Führung? Boah. Wenn nicht mal einer aufs Tor. Danko, Digga. Jetzt schon irgendein... Badun. Er verliert den Ball, hast du gesehen? Ja. Klasse Pass. Ich dachte, du verzögerst bewusst. Der Tor, der ist da. Wird Ecke geben, da hoffen sie jetzt natürlich auf den Führungstreffer. Situation erstmal geklärt. Er hat den Ball, wird da was draus? Er ist gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Er spielt den Ball raus. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Nein, kein Tor. Aber trotzdem eine tolle Szene. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Ja. Als hätte ich das Lehrbuch früher gespielt. Der hat gefehlt. Gute Aktion. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Klar, das gibt hier Einwurf. Alle haben die Not gegen innen hier, Alter. Die breitet mir schon fast physische Schmerzen. Sehr gutes Technik. Das war wichtig. Nein, Alter. Jetzt ist endlich mal Platz da. Alles offen. Oh, das ist eine gute Chance jetzt. Was, abseits? Ach, genau die Falle runter. Kann doch nicht wahr sein. Ja, so kann man das richtig gut sehen. Ich glaube auch, dass es abseits war. Das ist ein Ziel nicht. Da haben wir aber noch das ganz lange Beinchen. Der bin ich. Noch nicht zu dem. Er wollte den da unten anspielen. Er sollte den anderen nehmen. Halbzeit. Ohne. 0-0. Das fühlt sich auch verdientermaßen so an. Halbwegs. Jeweils ein halbwegs gefährlicher Schuss. Ansonsten war das. Warte, 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 warte. Für die Statistik-Nerds. Die Hacke, Hacke, Pickel. Wunderbar. Toll. Das heißt ja nur, das muss man in der 2.5-Zeit steigern. Es kann nur noch schlechter werden. Das ist die Farbe, hoffentlich. Deswegen habe ich auch die Frage. Alter, ich habe den Ton nicht ausgemacht. Was ist denn hier? Den Zweigang führt er sehr gut. Doch, doch nicht so ein... Ah! Das könnte die Chance werden. Was ist das? Was ist das? Das ist natürlich ein guter Pass. Wenn er wegblockt. Wow! Wenn der reingeht, ist es ein Traumtor. Wenn der reingeht, ist es ein Tor. So jetzt ist man nicht mal Wolf, da hat er Pech gehabt. Der hätte ja lupfen können. So, wie der schon liegt. Saubo, ja? Saubar. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da kam der Nächste. Gib doch mal her jetzt. Alter! Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Alter, der braucht ja wie so eine Bahnschranke. Alter! Ja, ja, ja. Das ist nicht. Und damit ist der Ball weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Er flankt auf den langen Pfosten. Er ist da und kann den Ball hier klären. Gut verteilt. Ähm. Alter, da haben wir uns auch mal die Hörer zu entspielen. Nice! Ja, da war ganz klein klein hier, ne? Halt ihn. Wundersame. Ah, da hätte er das Tor fallen können. Das ist doch richtig kümmer hier. Das ist doch so ein Abfall, Alter. Das fühlt sich noch schlimmer an, als das Spiel hervor. Ja, genau. Och, Schande. Was? Was, Freistoß? Was, Schiri? Toll geblockt. Shit. Ach Gott. Ich dachte, da kann ich den Überraschungsmoment mal nutzen. Was ist denn? Ming, ich ja an, Digga. Ming, ding, ding, ding. Oh, Mann, ey. Helfe auf für mein 0-0. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das hat sich auch einfach so verdient an, bis hier zu sein. Alter, wir einfach drüber durchspringen. War schon ganz geil. Und auch niemand, um mal einen zweiten Ball zu holen. Also nicht mal ansatzweise ist einer in der Nähe. Ja, was ist? Habt ihr keinen Bock? Ne, habt ihr keinen Bock? Ja, jetzt kommst du mal raus. Huh. Oh, ich komm hier auch. Oh ja. Richtig klammer. Sie suchen die Lücke. Alter, zu lange, Bro. Ein Peck-Pich. Ja, jetzt mach ich den kurz. Uh, der war doch abgefälscht. Noch nicht dahin. Ach, du Schala. Lauf sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Könnte die Führung werden. Glanzparade. Der hält direkt. Den lutscht er einfach so weg. Ist gar kein Problem, Digga. Jetzt ist das wieder so anständig, Alter. Und dann schießt er den da hin, ey. Oh nein. Oh Gott, war doch nicht immer den Bogen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Bogen. Ja. Ja. Wenn man das so sehen möchte, dann ist die Gefahr jetzt bereit. Das stimmt. Ist natürlich ein richtig guter Pass. Jetzt hat der Manker das scheiß abseits aufgehoben. Oh nein, 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 nein. Ja, Torwart. Kein Torwart. Ist so schlecht. So, Ecke kommt. Richtig, dass er da erklärt. Oh, Asti. Komm nicht dahin. Trinkt er sich dabei. Da müssen Sie jetzt aufpassen bei diesem Steilpass. Ja, natürlich eine gute Parade. Pass kommt nicht an. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Alter, ist das so ein Grottenkick, ey. Sie kommen nochmal. Weiter steht es hier, Remy. Und Sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Oh nein. Brauch gehabt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Befreiungsschlag. Klasse Pass. Könnt was werden. Naja, Scheru-Schickwitz. Klasse Parade erst und dann an den Pfosten. Hier muss einer verletzt. Lässt erst laufen, aber jetzt kommt auch der Pfiff. Ja, der Beste bei mir. Super. Besser ist er. Er hat Power. Sehr gut. Super. Was ist denn da passiert? Ich habe keine Ahnung. Komm mal ran hier, Alter. Hup, 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 hup. Schrauber. Ja, na super. Guck mal, ob ich einwechseln kann dafür. Ja. Weck mich. Und der macht gleich das zu. Ja. Nein. Bin ich jetzt Chang'ing oder Goobing? Ja, super. Hier noch inzwischen. Besser wird's nicht. Junge. Die Leute wollen das nicht sehen. Die wollen Action. Die wollen Action. Ach, der hier mit seiner 70er-Truppe. Ich habe jetzt so Trümmer da drin. Mit 58, alter Hammer. Hier, da war das Foul. Ja, ist... Weiter geht's mit diesem Schiedsrichterball. Ich mache das, ich bin selbst dran. Applaus, fair play. Wer ist, Applaus? Applaus, fair play. Das ist er. Oh nein. Nee, aus der Chance wird doch nix. Jetzt ist der Gegner am Ball. Auf außen ist jetzt Platz. Kann diesen Ball halten. Zwei Minuten mehr nachgehen. Ganz kurz Kackstift, oder was? Gut dazwischen gegangen. Mann. Guter Pass jetzt. Oh, jetzt kommt er doch hier. Tor, die Führung. Und es müsste auch die Entscheidung... What? Flange ist vorbei. Oh, was der Hack, Alter. Das Spiel ist lange vorbei. Oh, du Scheiße. Und da vorne, diese bekloppte Vorlage dazu, Alter. Das sollte eigentlich ein Schutz sein. Ist immer schön, wenn das... Dann funktioniert, ne? Ja. Nein? Da ist die Entstehung dieses Treffers. Also erstmal Flanken wechseln. Und dann schön Fallrückzieher auf den zweiten Posten. Und der macht den dann rein. So war es natürlich klar. Dann hat er wie gesagt, mal der Hand hingehen, der Verteidiger. Wenn er doch den Gegner hat. Wie hoch der andere spielt. Der ist auch noch komplett zentral auf die Torwart gekümmt. Scheiße, ey. Ja, sorry. Aber es war so ein richtiges Sonntags-Tor. Ja, manchmal besser ab da. Kacke. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nicht gefallen. Es war einfach schädig und schlimm und... Aber wir nehmen ja langsam Fahrt auf. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon auf das nächste Game. Tschüss. Tschau. Tschüss, Leute. Ja, mach doch mal aus jetzt. Tschüss. Tschau.